Dieser Ford Focus steht hier zum Verkauf. Der blaue Kombi hat fünf Türen und bietet fünf Sitzplätze. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 194.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2004. Der Kombi verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie elektrische Fensterheber, elektrische Seitenspiegel, ABS, Metallic, Zentralverriegelung und vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 101 PS an das Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,2 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 1440 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.